Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Ja, Bitcoin weiter mit Lower Lows unterwegs. Es sieht noch nicht wirklich gut aus. Trotzdem können wir uns hoffen auf zumindest eine kurzfristige Erholung machen. Ihr seht schon hier, ich habe schon so einen kleinen Weg eingezeichnet. Ich bin auf jeden Fall jetzt erst einmal kurzfristig long. Ob wir dann danach wieder short gehen, das erklären wir uns jetzt oder schauen wir uns im heutigen Video auf jeden Fall mal an. Außerdem werfen wir auch noch einen Blick auf Ethereum. Doch bevor wir starten, lasst dem Video doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Signale bzw. aktuelle News oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Werbung gemacht. Erstmal noch einen guten Start ins Wochenende. Jetzt legen wir aber los. Momentan traden wir ungefähr 21.600 US-Dollar. Man sieht hier, wir bilden immer weiter Lower Lows und Lower Highs. Also der Trend ist noch nicht gebrochen. Was man aber dazu sagen muss, wir sehen zumindest im 1-Stunden-Chart hier langsam so eine kleine Bullish-Divergence, die uns zumindest mal ein bisschen Aufschwung geben könnte. Wichtig war auch, da haben wir gestern drüber gesprochen, dieses Volumen, was wir hier eben hatten. Bei den 21.633, wo wir hier diese fette Volumen-Candle hatten, wurde dann jetzt so langsam aber sicher immer, immer weiter abgebaut. Und unser letztes Low wurde damit jetzt schon mit fast gar keinem Volumen mehr gefischt. Klar, wir hatten danach noch eine schöne impulsive Kerze hier in grün. Die ist möglich, dass wir uns, beziehungsweise die wurde jetzt schon geholt hier mit den letzten Kerzen. Also es sieht schon mal ganz gut aus. Was jetzt aber wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall ein Close über diese 21.775 US-Dollar schaffen. Mindestens ein 1-Stunden-Close, damit die 1-Stunden-Abwärtsstruktur erst einmal durchbrochen ist. Trotzdem bleibe ich erstmal long mit Stop-Loss auf jeden Fall hier drunter unter diesen 21.100 US-Dollar. Das ist jetzt momentan erstmal das Setup, zumindest kurzfristig. Warum kurzfristig? Weil ich trotzdem immer noch der Meinung bin, dass wir erst einmal noch ein bisschen abwärtsgerichtet sind und uns hier unten erstmal stabilisieren sollten. Zwischen, ich sage jetzt mal 21.1 und 20.400 US-Dollar hier an diesem Wick hier unten. Wo natürlich auch immer noch eine Menge Liquidität liegt. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht trotzdem kurzfristig short orientieren können. Deswegen short, äh long ist weiterhin offen. Zumindest bis hier oben 22.300 US-Dollar. Das ist so die Grenze, wo man dann gucken muss, lassen wir die long offen, gehen wir gegebenenfalls wieder short. Hier oben liegt nämlich noch die Ineffizienz, die habe ich hier mal in Gelb gezogen. Würde theoretisch sogar bis 22.460 gehen. Ich würde nur den ersten Take-Profit auf jeden Fall hier in die Region um 22.350 US-Dollar erst einmal legen. Danach wäre das Ziel natürlich hier oben das Golden Pocket von dieser gesamten Abwärtsbewegung. Erst einmal sollten wir darüber kommen, ist für mich auf jeden Fall wieder dieser Switch da, dass wir erst einmal long orientiert bleiben. Wichtig ist nur dann da oben, dass wir diesen Wick bei den 22.829 wirklich auch mit einem 4-Stunden-Close durchbrechen. Und nicht nur wieder mit einem Wick, weil das ist dann einfach nur Liquidity-Hunting. Und das ist dann für mich weiterer Grund, wieder short zu gehen. Jetzt aber erstmal kurzfristig long, jetzt übers Wochenende müssen wir mal schauen. Nächste Woche Dienstag dann die Inflationszahlen. Dann kommt später dann noch der Wochenausblick online und natürlich auch das Steuervideo. Das hat gestern YouTube irgendwie Probleme gemacht, das kommt aber heute gegen 12. Und der Wochenausblick dann heute Nachmittag auf jeden Fall online. Gut, das ist jetzt erstmal so dieser kurzfristige Fahrplan für mich. Bullish Divergence spricht erstmal dafür. Wir schauen mal ganz kurz auf einen 4-Stunden-Chart, ob wir da zufällig auch einen vorliegen haben. Da sehen wir, okay, zu den letzten Stunden haben wir jetzt auch so eine Mini-Bullish Divergence. Ist jetzt zwar noch nicht der Überburner, aber trotzdem wenigstens eine kleine Hoffnung, sage ich mal hier. Lower Lows haben wir trotzdem noch vorliegen, auch mit Stunden-Close. Auch hier zählt 21.767 mit 4 Stunden-Close drüber. Wäre Bullish, in Anführungszeichen Bullish, für eine kurzfristige Gegenkorrektur zumindest bis hier oben, wo wir eben diese Ineffizienz haben. Und hier oben wird es sich dann entscheiden zwischen 22.300 und 22.800 US-Dollar. Ob wir dann gegebenenfalls nochmal einen neuen Short eröffnen oder ob wir die Long einfach durchgehend laufen lassen. Wir haben jetzt schon mal den größten Vektor, sage ich mal, hier drüben schon mal abgefüllt. Das war schon mal gut. Trotzdem, wir haben noch Luft bis eben hier unten, die 21.250 US-Dollar, um den letzten Vektor hier komplett zu füllen. Und ansonsten übergeordnet für mich weiterhin die 18.19k hier unten, wo das Golden Pocket liegt. Ist noch nicht abgeschrieben, die würde ich auch weiterhin noch nicht abschreiben. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sich jetzt eben hier dieses Gesamtbild bildet. Sollten wir hier unten bei den 20.400 durchbrechen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir auf jeden Fall die 19.400 oder sogar 18.100 US-Dollar noch einmal sehen. Aber wir müssen hier von Tag zu Tag gucken. Und momentan erstmal kurzfristige Erholung 22.300 mit eben diesem Long-Impuls, den wir jetzt momentan haben, beziehungsweise mit dem Long-Setup. Und danach schauen wir hier oben, ob wir gegebenenfalls nochmal einen Short eröffnen. Gut, dann rüber der Blick zu Ethereum. Auch hier weiterhin sehr großer Verkaufsdruck, auch wenn das Volumen nicht so groß ist wie bei Bitcoin. Wir ziehen auch mal hier das Golden Pocket, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, okay, bis hier hoch die Ineffizienz zu fischen. Der Plan grundsätzlich bleibt, ich bin hier nur immer noch nicht long. Was man auch dazu sagen muss, dieses Low hier drüben, haben wir nicht unterboten mit einem Schlusskurs. Das heißt an sich, diese Range, wo wir gestern drüber gesprochen haben, die ziehen wir jetzt mal ganz kurz, damit wir das mal bildlich hier ein bisschen darstellen. Diese Range hier ist weiterhin in Gange. Das heißt, wir haben hier höhere Hochs, wir haben aber noch kein signifikantes Lower Low, so wie bei Bitcoin. Macht es natürlich bei Ethereum deutlich, deutlich schwerer zu traden, weshalb ich hier noch nicht in einem Long-Trade drin bin. Klar haben wir auch hier so eine kleine Bullish-Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns das mal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Chart an. Hier sieht es natürlich deutlich besser aus von der Divergenz, aber 4 Stunden ist dann noch ein bisschen besser. Hat mir bei Bitcoin zumindest besser gefallen, deswegen der Long-Trade. Ethereum, wie gesagt, warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen ab, wenn wir den verpassen. Es ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal, das Risiko ist mir einfach hier ein bisschen zu groß. Das haben wir auch in den letzten Tagen, beziehungsweise Wochen immer wieder gesehen, dass Ethereum immer noch so ein bisschen seinen eigenen Fahrplan hier macht. Und das Low hier im 4-Stunden-Chart sehr, sehr viel Volumen. Im 1-Stunden-Chart sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, hier unten dieses Volumen könnte auch nochmal gefischt werden, ohne dass Bitcoin nochmal ein Lower-Low sieht. Also deswegen Ethereum momentan für mich sehr, sehr uninteressant, was Trades angeht. Vom Golden Pocket wäre das Ziel auf jeden Fall hier die 1.595 US-Dollar. Da müssen wir mal gucken. Ich vermute eher, dass das sogar durchbrochen wird, weil die Ineffizienz bis hier hoch geht 1.609. Die zeichnen wir auch mal ganz kurz ein hier in diesem Bereich. Wem das Risiko möglich ist, kann natürlich auch long gehen. Aber für mich persönlich, ich würde es momentan einfach nicht oder mich nicht reintrauen, aufgrund eben dieser Volumen-Candle, die hier unten erst nochmal liegt bei den 1.489. Da muss nämlich der Stop-Loss auf jeden Fall hier drunter liegen. Da haben wir allein an sich schon 1,89%. Und dann schauen wir uns mal noch ein bisschen so die Vergangenheit an. Und da seht ihr auch, okay, wir haben hier Luft bis 1.464, bis hier überhaupt dieser Vektor, den wir hier drüben gebildet haben, gefüllt werden könnte. Das heißt, Stop-Loss, wer hier long gehen möchte, ich persönlich gehe es nicht hier drunter. Und 4% Risk ist mir persönlich einfach viel, viel zu hoch. Da ist das Chartbild bei Bitcoin momentan deutlich klarer. Trotzdem, Aufwärtspotenzial zumindest übers Wochenende ist gegeben grundsätzlich bis zu 1.611, aber wie gesagt, sehr, sehr riskant. Wir hätten dann auch hier oben wieder ein Lower High gebildet. Und dann das übergeordnete Ziel weiterhin hier unten, dieses Golden Pocket, 1.393 bis 1.370. Das wäre für mich so dieser Point, wo wir auf jeden Fall Support reinkriegen müssten. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin mit den 19.400 US-Dollar, wo das Golden Pocket liegt. Wäre Mindestziel für mich, um hier unten, sage ich mal, ein Higher Low zu bilden und dann im Endeffekt die Aufwärtsspirale in Gang zu setzen. Was man auch dazu sagen muss, das werde ich aber später auch nochmal dazu sagen, die Inflationsdaten werden ja nächste Woche neu berechnet. Könnte schönes Play der Market Maker sein, weil Inflationszahlen nächste Woche rauskommen, gegebenenfalls die dann deutlich, deutlich tiefer ausfallen aufgrund dieser neuen Berechnungsgrundlage. Also da müssen wir nächste Woche mal ein bisschen aufpassen. Werde ich aber dann, wie gesagt, später im Wochenausblick nochmal Näheres dazu erläutern. Gut, kommen wir noch ganz kurz zu den News. Schauen wir uns das ganz kurz an. Wo haben wir es? Coinbase CEO verurteilt Gerücht über Staking-Beschränkungen. Ja, was heißt Gerücht? Im Endeffekt ist es ja jetzt safe, aber ihr wisst, was ich davon halte. Ich halte es einfach für einen kompletten Schwachsinn, was die USA da machen. Aber gut, so wie ich es in den Kommentaren gelesen habe, zeigt die da ziemlich meiner Meinung. Ansonsten würde ich sagen, war es das für. Jetzt erst mal um 12 Uhr kommt dann das Steuervideo online. Könnt ihr euch darauf freuen. Heute Nachmittag dann der Wochenausblick mit den wichtigsten News für nächste Woche. Würde sagen, das war es von mir. Einen schönen Start ins Wochenende. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe kommen. Hoffen wir auf einen positiven Samstag. Dann würde ich sagen, bis später. Und ja, wie immer. Stay Crypto.